Hallo VBT, das ist Vorrunde 1 Mein Gegner Double Mind hat gemeint, der lädt mich heut ein In die Vorrunde 2, ist voll nett gemeint Doch davor wird noch gezeigt, was Rap eigentlich heißt Denn ich komm gerade mit ein silbigen Lines, so wie Du, ist sehr cool Doch nach 10 Sekunden hört dir keiner mehr zu Und der Fakt, dass hier deine Runde nicht peinlich ist Ist eigentlich der Beweis, dass du mich keineswegs hier triffst Bist du als Gegner vertretbar? Nee, Mann Also geh mal und red mal mit jemand, der dein Schema versteht Mann, das ist Rap und ich fühl das auch Dich Körper klaus, dreht sich zurück in den Bauch deiner Mama und lass dich nicht raus Und ich glaub, das wollen die Fans hier wohl auch Du bist ne Jungfrau, die Rap misbraucht, auch ihr nicht wieder auf Ich hau dich zu Staub, denn es reicht mir nicht aus Dass du dich traust mit deinem schäbigen Sound Hast du wohl gerade deine Seele verkauft Du hässlich erlaubt, klär mich mal auf Was machst du hier? Bist du denn krank oder hast du zu lang am Kleber gekauft? Sag mal, soll ich erste Hilfe leisten? Leute wie du leben, meistens in der Psychiatrie Und reden fleißig über Käsescheiben Und ganz ehrlich, scheiß auf Gegnerbezug Selbst ein bespanntes Bett im Puff hatte mehr Gegner als du Und das reicht dann auch Was soll ich auch noch sagen, außer Ich hab ne Hook gemacht Doch die ist nicht für dich Das ist Berlin Was wollt ihr tun? B zum T Was wollt ihr tun? Bossi Beats Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Das ist Berlin Was wollt ihr tun? B zum T Was wollt ihr tun? Muster Schüler Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Das ist Berlin B zum T Bossi Beats Muster Schüler B zum T B zum T